Ich hatte Besuch von meiner Freundin aus Bielefeld und da sind wir zu Cillemouth gegangen. Und ja, ihr habt richtig gehört, Bielefeld. Es scheint Bielefeld wirklich zu geben. Wie dem auch sei, die Auslage war wieder phänomenal. Ich habe mich diesmal für die Bueno Roll und für die Blueberry Roll entschieden. Meine Freundin hat sich die Pistachio Roll geholt, die ich letztes Mal schon probiert habe und die ist einfach unfassbar gut. Danach hatte sie sich noch für die Raspberry Roll und für die Bueno Roll entschieden. Und weil so schönes Wetter war und kam bei, auf der anderen Straßenseite liegt, haben wir uns dann auch noch ein Bubble Tea gekauft. Ich glaube, das ist der größte Kambai in ganz Berlin. Also ich habe bisher noch keinen größeren gesehen. Für mich gab es diesmal einen großen Erdbeereistee. Ich mache mir ja mittlerweile meinen Bubble Tea zu Hause selber, aber ich finde es auch manchmal ganz gut, woanders hinzugehen, um sich inspirieren zu lassen. Bei den Toppings habe ich mich für Tapioca, Litchi Jelly und Mangoboba entschieden. Die Bueno Roll hat eher nach Haselnuss geschmeckt als wirklich nach Bueno, war aber trotzdem extrem lecker. Aber mein Favorite war definitiv die Blueberry Roll. Schön viel Füllung und super saftig. Sehr zu empfehlen.